Yo, was geht Leute, BrokersTV hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute in diesem Video möchte ich euch das schlechteste Musikvideo auf ganz YouTube zeigen, meiner Meinung nach. Und zwar von dem YouTuber DeadSpeak here. DeadSpeak here hat ungefähr jetzt vor einer Woche seine 200.000 Abonnenten erreicht und hat darüber auch ein Musikvideo gemacht. Und ja, es ist auch ziemlich negativ angekommen bei ein paar YouTuber. Und auch bei seinen eigenen Fans. Was heißt Fans? Er nennt sie halt immer Fans, obwohl sie so ganz normale Abonnenten sind. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Und ja, ich dachte, schauen wir uns gemeinsam mal das Musikvideo an und bewerten es später. 100, 100, 100, 100, 100, 100 K. Subgang, 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 Subgang. Yesterday, 100 K, today, Subgang. Trage Schutterbecks ab, geh in den Club. Deine Tours will ein Fuck, sag ich hab den Fuck ab. Sub den North, they stop, dein Outfit of the day. Wie du wirkst, der Fred. Flex mit Supreme, ist es angenehm zu sehen, wie Leute mich ansehen und sie mit dem Hate untergehen. Subgang, 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 Subgang. Sagt der Bitch, wenn ich mit Subflex, uh. Subgang, 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 Subgang. Sagt der Bitch, wenn ich mit Subflex, uh. Sagt der Bitch, Subgang. Sagt der Bitch, Subgang. Trage Prime, Givenchy, Sandro Paris. Louis V, Gucci, sowas ist angenehm. Mein Ziel ist dein Ziel, mein Ziel ist dein Ziel, ey. Ich hab zu viel, du hast kein Deal, ich hab zu viel, du hast kein Deal. Flex mit Prim sehr oft, Flex mit Prim sehr oft. Supremes Down ist sehr soft, Supremes Down ist sehr soft. Das ist über Love, das ist über Love. Subgang, 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 Subgang. Sagt der Bitch, wenn ich mit Subflex, uh. Subgang, 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 Subgang. Sagt der Bitch, wenn ich mit Subflex, uh. Flex mit Subflex mit Subflex, flex, flex, flex mit Subflex, 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 flex mit Subflex. Ja, kommen wir mal zu den positiven Sachen und zwar die Videoqualität ist sehr hochwertig. Props an einen Videoproduzenten. Und dass du dir das Supreme Logo an dein Gesicht geklatscht hast, dass wir uns dein Gesicht nicht ansehen müssen, finde ich auch jetzt richtig gut. Und ja, jetzt mal zu den negativen Sachen. Der Text. Ich habe gar keinen einzigen Reim gehört. Z.B. Dein Stil ist mein Ziel. Junge, was ist das für eine Scheiße? Da kann man auch gleich Hausmaus rappen, du Hund, Alter. Da braucht der Lil Pump sein Vater nachzumachen mit Zapke, Zapke, Zapke. Junge, halt doch dein Maul, Mann. Ich will auch über den Typen jetzt nichts mehr sagen. Da hat Turan.de schon genug gesagt. Ich verlinke euch mal unten ein paar Videos von Turan.de. Schaut bei den Typen mal vorbei. Und ja, das war es jetzt auch von meiner Seite aus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschau.